Moin Moin und Trader YouTube hier zu einem neuen Video auf diesem Kanal geht es euch an diesem wunder 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 wunderschönen Tag ich hoffe dass es euch genauso gut geht wie mir schaut euch den Himmel an nicht eine Wolke und ich muss arbeiten geil aber hey diesmal habe ich wenigstens Sachen über die ich reden kann in dem Video ja wir fahren nicht einfach dumm durch die Gegend und hoffen dass was passiert nein wir haben konkreten Content und zwar mit dem Thema ansprechen und ich weiß ich werde den Titel Ultra Clickbait machen ich glaube ich nutze einfach Statement zu Montana Black 88 da können noch so viele Kinder rumheulen dass ich Clickbait aber ich sage jetzt einfach mal was zum lieben Marcel so man kann von ihm halten was man will man kann von ihm denken was man will ich verfolge ihn teilweise auf Instagram ich schaue seine Videos nicht ich schaue ab und zu mal die Highlights von richtiger Kevin wenn er wieder irgendwie geistigen von sich gibt aber ansonsten keine Ahnung was der den ganzen Tag lang macht blablabla aber was mich jetzt ein bisschen ab hat muss ich sagen wie es ist er ist ja in Malta vor einer Woche oder sowas ist glaube ich angekommen und direkt am ersten Tag als er in Malta war hat er schon Werbung für Sportwetten gemacht und paar Tage danach wieder irgendwas von ein MyBet oder so du meldest dich an fünf Euro Gratiswette kriegst du über seinen Link und irgendwie so eine Miss Aktion mit Millionen Euro ach an der Stelle muss ich sagen Kinder macht nie ein Glücksspiel niemals solltet ihr so einen Dreck unterstützen also ich arbeite selber in der Branche das heißt ich sehe jeden Tag wie Leute Geld da verlieren und wie die jeden Tag zurückkommen natürlich gibt es dann die Storys der eine Typ hat mit einem Schein aus 2 Euro 20.000 gemacht ja das gibt's dafür gibt es aber mehr als genug Leute die aus einem Zehn dafür gibt es aber mehr als genug Leute die Zehner gesetzt haben und die 18 Euro Wette nicht gekommen ist und das sind sehr 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 viel ich weiß nicht ob ihr schon wusstet aber irgendwie Leute wie Tipico oder Bet3000er wie sie auch alle heißen die schenken euch kein Geld einfach so ja also ich glaube die Gewinnausschüttung liegt bei knapp 90 Prozent das heißt für jeden Euro der eingezahlt wird werden 90 Cent wieder ausgezahlt wo sind die restlichen 10 Cent die landen in Tipicos Tasche aber kommen wir nicht dazu dass man Glücksspiel niemals machen sollte es geht darum dass jemand wie Montana Black eine Person die kurz nach der Story noch angibt dass sie 1,3 Millionen Story Views hatte öffentlich für Glücksspiel wirbt und ja Sportwetten zählen genauso als Glücksspiel wie sich an Automaten zu setzen dass so eine Person die weiß dass viele minderjährige Zuschauer mit dabei sind für sowas wirbt ist halt Digger also das ist menschlich gesehen unterste Schublade jemand der sich beschwert dass irgendwelche Mädels Onlyfans machen oder ihre Poolstreams auf Twitch durchziehen oder was weiß ich was der sich beschwert dass man so sein Geld verdient der sich beschwert dass ich weiß nicht wie diese Poolstreamerin heiß ne ich schau sowas halt nicht ich hab nur mitbekommen dass er sich mal beschwert hat dass eine dieser Streamerin ihren Zuschauern Onlylinks Fans von sich zuschickt wo man dann halt noch mal zusätzlich zahlen muss und dann kriegt man halt Content der auf Onlyfans halt zu sehen ist jemand der sich darüber beschwert dass jemand für sein eigenes Produkt wirbt natürlich bisschen strange beim Minderjährigen wahrscheinlich für sowas zu werben aber dann einen Monat später für Glücksspiel zu werben das ist halt Digger also Doppelstandard sein Urgroßvater ist es bei dem Jungen an sich das Glücksspiel verstehe ich dass es Spaß macht ja kann ich 100% verstehen dass man gerne mal einen Schein macht dass man gerne mal was letztlich für 50 Cent ein Spin macht oder sowas wenn man Shisha Bar ist wirfst ein Zehner rein spinnst drum und fertig Sache ist dass es halt ultraschnell ultrasüchtig machen kann du kannst übertrieben viel Geld dort innerhalb von kürzester Zeit verlieren und es macht halt einfach Familien komplett kaputt also natürlich Alkoholsucht Drogensucht oder Zigaretten was auch immer sind auch gefährlich aber wenn man es jetzt mal mit Fußball vergleicht ich würde behaupten Spielsucht ist so Champions League und dann Alkoholsucht ist vielleicht so dritte Liga und das ist dann halt auch selber ein Spielsüchtiger und da könnt ihr mir sagen was ihr wollt Monte weißt du ziemlich jeden Aspekt auf der zu dem Spielsüchtigen gehört dass ein Spielsüchtiger dafür wirbt dass andere Leute und wahrscheinlich Minderjährige auch in die Gefahr kommen spielsüchtig zu werden das ist halt Bruder 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 was soll ich da noch sagen man ich weiß ja nicht wie viel Geld da geflossen ist es muss aber sehr 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 viel gewesen sein mich wundert es auch sehr dass es darüber noch keinen Shitstorm gab vielleicht kommt er aber auch noch vielleicht wenn ich das Video hochlade gab es schon längst ein weil es dauert bis das Video da ist aber zum aktuellen Zeitpunkt das ist Donnerstag der 17. habe ich noch nichts davon mitbekommen dass irgendjemand gesagt hat hey größter Streamer Deutschland wirbt für Glücksspiel das war eigentlich alles was ich sagen wollte es hat mir irgendwie so voll auf der Seele gelegen zu sagen was für eine ultra das ist wieder gemacht wurde man also ich kann es echt nicht verstehen man dass er in seinen Casinos schon gesagt hat macht das nicht macht das nicht und jetzt wirbt er selber dafür wahrscheinlich das macht er nicht das musst du halt sagen du kannst nicht zu jemandem sagen hey mach Glücksspiel bist du reich außer du kriegst wohl ein Haufen Geld von WeBed oder MyBed oder wie auch immer zugesteckt Hi YouTuber ich glaube wir binden an das Video mal längst noch nicht ums zur Arbeit genießt das schöne Wetter Daumen hoch abonnieren alle Leuten dieses Video zeigen vielleicht gehe ich wieder da vielleicht gehe ich nicht wieder da ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal bis dahin Jalla